Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Fürs Einkaufen bei Coop gibt es immer verschiedenste Gründe. Einer von den wichtigsten, das wissen wir aus Umfragen, sind die vielen Neuheiten, die man bei uns immer wieder kennenlernen und ausprobieren kann. Wie kommen aber die Artikel eigentlich in die Läden? Jeden 800 Neuheiten im Jahr werden uns von den Herstellern angeboten oder in unseren eigenen Betrieben entwickelt. Wertchancen von jedem von diesen Artikeln werden in unserer Marketingabteilung genau abgeklärt, bevor die zuständige Arbeitsgruppe rund 300 davon auswählt. Kundinnen und Kunden, das heisst sie selber, bestimmen dann mit ihrem Einkaufsverhalten, welche von diesen Produkten Durchbruch schaffen und überleben. Im Schnitt sind das dann nur noch ungefähr 40 Artikel. Eine Nebenerscheinung bringt die vielen Neuheiten leider mit sich. Jedem neuen Artikel muss ein alter weichen. Das wird manchmal bedauert, ist aber nicht anders möglich, weil auch bei unseren Läden der Platz beschränkt ist. Was gibt es jetzt diese Woche für Neuheiten bei uns? Das erste Mal der Partyring aus der Goat-Bäckerei. Ein knuspriges Brot, backen in sechs handlichen Portionen. Der Partyring ist ideal fürs Picknick oder fürs Buffet und passt überall dort, wo jeden am liebsten selber und ungezwungen zugreift. Eine weitere Goat-Neuheit sind Snacks. Snacks sind knusprige, knackige Snacks in bester Herdöpfel-Qualität. Snacks sind ideal zum Apéro, zum Fernsehen schauen oder immer wenn etwas zum Knabern fällig ist. Und auch der Preis stellt auf. Machen Sie den Vergleich? Snacks? Knuspr-Snacks in den zwei beliebten Sorten Natur und Paprika, die es nur bei Goat gibt. Ebenfalls neu in unseren Läden erhältlich sind die feinen Nussherzli aus der Arni-Confisserie. Allen, die zum Kaffee oder einfach zwischendurch gerne etwas knabbern, möchte ich das feine Gebäck herzlich empfehlen. Die Arni Nussherzli, eine von vielen Neuheiten, die man jetzt bei uns ausprobieren kann. Ein weiterer Grund bei Goat einzukaufen ist für viele Konsumenten, dass sie dort ihre Lieblingsmarken bekommen. Eine davon ist heute bei uns im Markenfenster. Knapp den Abend. Sieger trainieren hart und essen zum Markt. Ein richtiges Morgen mit Kellogg's Frosties. Die sind grossartig. Flieses Bier? Los geht's! Zeigen einem Tiger. Zeigen, was du willst. Denn Kellogg's Frosties weischt gut. Weckert den Tiger in dir. Und dir. Ein Grund, das Goat-Studio zu verfolgen, ist für viele unserer Zuschauer das Rezept. Auch heute steht ein Menüvorschlag auf dem Programm. Wenn man Besuch hat, möchte man zwar etwas rechtes offerieren, aber deswegen nicht den ganzen Tag in der Küche stehen. Das ist ein Gegenvorschlag, der diesem Wunsch gerecht wird. Eine Zwiebel habe ich fein gehackt, drei Apfel geschält und gescheibelt, einen vierten Apfel ungeschält in kleine Würfelchen geschnitten. Diese brauchen wir später für die Garnitur. Als nächstes die Schweinsragu rundum kräftig abbraten, die Zwiebeln und die Apfelscheibe wieder zugeben und kurz dämpfen. Dann mit Apfelwein und Wasser ablöschen und mit einer Preise Zimt mit Pfeffer und Salz würzen. Bei kleiner Hitze ca. 50 Minuten zugedeckt schmoren. Für den Herdtöpfelstock die Herdtöpfel wie gewohnt schellen. In grobe Würfel schneiden und in wenig Salzwasser 10-15 Minuten weich kochen. Dann durch das Passwein lassen und mit Milch und Anken zu einem luftigen Püree rühren. Zum Schluss noch die Töpfelwürfel im Anken kurz dämpfen und mit gehacktem Peterli über dem Fleischgericht verteilen. Wenn Sie das Schweinsragu mit Apfel- und Herdtöpfelstock nächstes mal auftischen möchten, können Sie das Rezept der Coop-Zeitung dieser Woche entnehmen. Viel Vergnügen! Neuheiten, Marken, Rezeptvorschläge. Nur drei von vielen Gründen für Sie kaufen bei Coop. Ein weiterer Grund sind ganz bestimmt unsere Aktionen. Sie bekommen z.B. 500g Brüsseler Salat für nur 1,50. Und alle Tamtam im Quattropack für nur 1,65. Die 1,5 Liter PET-Flasche Henny Rot mit Kohlensäure gibt es für nur 90 Rappen. Und das Rindfleisch ist jetzt 20% günstiger. Ausserdem offerieren wir Ihnen ein Set an vier Gläser New Orleans für nur 9.90. Lassen Sie sich doch mal im Coop-Restaurant verwöhnen. Diese Woche gibt es ein Kalbsfrikassee mit grünen Nudeln für nur 10.50. Bei dieser Gelegenheit möchten wir Sie übrigens noch darauf aufmerksam machen, dass in unseren Blumenabteilungen die ersten Primal eintroffen sind. Nehmen Sie doch bei Ihrem Einkauf gerade so ein Töpfchen Frühling mit Hause. Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es gibt immer verschiedenste Gründe bei GoBeat zu kaufen. Und das am besten schon morgen. Auf Wiedersehen! Vielen Dank! Vielen Dank!